Jetzt hallo miteinander. Wisst ihr eigentlich, was ein Weidag ist? Also ich muss ehrlich sagen, bis vor ein paar Tagen kenne ich das Wort, das noch nie gehört geht. Da bin ich ins Internet und habe nicht mal geguckt und recherchiert. Es gibt sogar Narrenzünfte, die dieses Wort in sich tragen. Bohndorfer. Bohndorfer Narren haben zum Beispiel eine Narrenfigur, die heißt Bohndorfer Weidag. Oder Glaubheimer. Da gibt es Lauper Weidag. Aber was bedeutet das Wort Weidag jetzt eigentlich? Weidag ist eine Bezeichnung für einen Gauner, für einen niedrigen Sier, für einen Lump, für einen Taugenichts, für einen Schlamper. Also eine ganz beise Beleidigung. In manchen Gegenden sogar noch schlimmer wie ein Säckel. Daher stammt das Wort Weidag jetzt? Wo hat das seinen Ursprung? Es geht in Theorie, die seit, dass vier die jungen Kerle zu ihren Angebeteten oft gesagt haben, du bist mein Ostertag, du bist mein Sonntag, du bist mein Sommertag. Irgendwas Positives halt. Und dann ist halt das Gegenteil der Wehtag. Und im Schwäbischen sagen wir ja für das Wortle Wei, also sagen wir Weidag dazu. Ich hätte da so meine eigene Theorie. Ob die jetzt natürlich stimmt, weiß ich nicht. Aber Weidag hört sich ja ähnlich an wie Wertig. Und Wertig ist im Schwäbischen das Wortle für Wirktag. Und der Metig zum Beispiel ist auch ein Wertig. Und der Metig mögt vielleicht ja nicht. Also wäre ja der Metig ein Wertig, der quasi ein Weidag ist. Aber ja, das weiß ich nicht, ob das stimmt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt etwas Neues dazugelernt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi und Ade.